In der Truppe von Rumänien, bei den Weltmeisterschaften in Anaheim und natürlich auch bei den Wettbewerben, die anstehen. 16 Jahre aus Konstantin. Ich will ja gar nicht an ihrer Übung rummeckern, aber die Sprünge sind nicht ganz so hoch als bei der Weltmeisterin, das muss man halt deutlich sagen. Musik Auch ihr Programm ist schon olympisch ausgerichtet. Und auch diese Übung voll, wie man so schön sagt, also alle Höchstschwierigkeiten drin. Da kann man natürlich nicht mehr viel machen. Musik Eigentlich muss die Basis früh im Jahr gelegt sein, um dann bei den ganz wichtigen Wettbewerben vorne landen zu können. Musik Greift sie nochmal an, Handbremse raus und Doppelseite weg. Schwuppdiwupp. Musik Musik